Hi, ich bin Jill und gemeinsam wechseln wir heute den Absatz an deinen Memes. Versprochen, es geht ganz schnell und ist super easy. Wir wollen den Heel Change am Fuß imitieren und dafür stellen wir den Schuh am besten auf einen Tisch. Zieh am Hebel, bis sich der hintere Bereich öffnet. Nimm den alten Absatz ab und drück den Hebel wieder runter. Nimm deinen neuen Absatz und schieb ihn auf deinen Meme. Drück deine Finger hier hin und simuliere den Tritt, indem du den hinteren Teil auf den Absatz drückst. Hörst du ein klicken? Jetzt den hinteren Schuhteil nach oben bewegen, dabei weiterhin mit der anderen Hand auf den Ballenbereich drücken und noch einmal die Sohle auf den Absatz drücken. Falls der Absatz nicht ganz eingerastet ist, einfach wiederholen, bis es passt. Das war's, ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Memes. Es geht ganz leicht und ist super easy. Ich wollte gerade sagen, das macht doch gar keinen Sinn. Geht's los? Achso, Entschuldigung. Fiese, fiese, fiese. Ich mache keine SUBSCRIBEN UBER